was geht ab youtube heute wieder so ein kleines pack opening das ding ist, guck mal, das ist ja ein road to glory account, ihr seht, keinen cent ausgegeben nicht wundern die FIFA Points, wie gesagt, vor bestellungsvision 4900 FIFA Points waren schon drauf deswegen alles verballert, also ich habe wirklich gar keinen cent ausgegeben und ich will einfach so die videos machen, damit ihr das selber auch schafft weil ganz ehrlich, das ist ja nichts besonderes und wenn ich es schaffe, dann schafft ihr es erst recht deswegen, ja road to glory, kein cent ausgeben, alles sich selber spielen und ja, mal gucken, ob ich es dann das ganze Jahr durchziehe, weiß ich noch nicht aber ich gebe mal ein bestes und dann wollen wir mal rein starten 75 plus, ähm, oh, bitte malen, ja, malen, geil, 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 das ist geil ja, richtig geil, das ist ein gutes Pack, ja man, vor allem der passt sogar ins Team, geil das ist geil, kann man sogar als Stürmer spielen, ne, ja, geil, geil, wie kostet der? hm, 7k, oder 6k, naja, gut, das war schon mal gut, fürs erste so, aha, Italien, wer könnte das sein ok, oh, Tonelli, alter, geil, aber die Packs gönnen grad boah, der kostet bestimmt einiges, oder? ach, du scheiße, alter, 50k Spieler, schmeckt boah, alter, das ist, das war ein gutes Pack, ok, krass ja, Brasilien, das sagt mir grad nichts, ne, Vanessa ah, Talistica, ok, hab schon gedacht wie ist das? alter, boah, ok hm, ja gut scheiße, stoß mal halt ab, 82er, na gut ok, und jetzt das letzte Pack ok Stürmer ok, David ach Gott, die Macda als Liga ach Gott, ja aber ich muss sagen, die Ausbeute die war echt nicht schlecht, also da sind wir mit deutlich schlechteren Packs, sag ich mal, davon gegangen boah, war an sich ganz gut, ja was ist das für ein Pack, ach Gott, Trainings, ach mein Gott ne, darüber ja, so ganz echt, war auf jeden Fall ganz gut voll malen, wie gesagt, der passt genau perfekt hier rein dann tun wir den Kommarmel erstmal rein dann zack, malen und, ja genau, perfekt, richtig geil, da muss ich jetzt noch wegen, ne, Verteidigung halt mal schauen aber sonst, ah ja, geil, also Leute, ähm, ich hoffe es euch gefallen, ne, und ja, ich wünsche euch natürlich auch viel Packluck ist klar, ähm, ja, also wie ihr seht, es ist machbar, Tonnelli ist sehr, sehr, sehr gut in die also 60k, nehmt mal mit, ist echt ein geiles Ding, da ist er auch richtig geil warte mal, was hat der eigentlich für's Netz uh, ja ja gut für 86 ausdauerbar, aber geht deutlich schlechter und vier stelle schwache Fuß, also, ja, geiler Scheiß naja, gut also Leute, das war's vom Video, mach's gut und peace